Musik So, hier bin ich wieder, Speedy Rampon, Tony Hawk's Pro Skater 3, Playstation 2, Los Angeles. Ich hab euch im letzten Part gesagt, dass ich Los Angeles hasse und ich hasse es immer noch. Und ich find's scheiße, dass sie das Level als DLC genommen haben für Tony Hawk's Pro Skater HD. Ich mag's nicht, ich mag's einfach nicht. Aber gut, mal gucken, was wir hier für Missionen haben. 100.000, das versteckte Tape. Ja, was war denn jetzt der Hammer-Score? Stopp das Autorennen. Ja, nee. Mach mal erstmal den Score, hä? Ja, die Show kann losgehen, du dummer Arsch. So, ähm, wenn wir doch gleich dabei sind, können wir auch schon Skate einsammeln. Oh Gott, wie kommt man nochmal da drauf? Die Show kann losgehen, die Show kann losgehen. Halt die Fress. Zeig uns was. Fick dich. Zack. So holt man das und das eh ist da hinten. Allerhock. Okay, wie hol ich hier am besten den Score? War ja kein Startpunkt, hab ich mich eben verschaut. Machen wir mal einen neuen Versuch, um eine schicke Line zu starten. Und zwar hier links. Jawohl, ja. Kickflip, Underflip, jetzt. Jawohl. Profi, was ist Hammer? Scheiß mal drauf. Wollen wir gerade nochmal dasselbe zurück? Oder auch nicht? Zack. What the matter, man? What the matter, man? Menno. What the matter, man? What's the matter of you? What the matter, man? What the matter of you? Leg dich ins Zeug! Mal sehen! Äh, ja, komm. Machen wir das Earthquake. Gott, wie stopp ich denn die scheiß Bullen? Ja, Erdbeben? Das Golfen? Muss ich auch die zwei Bälle zum Rollen bringen oder wie, oder was? Bleib mal stehen. Hopp. So, rüber, rüber, rüber. Ach Gott, wie ist das Hass. Zack. Mach die Bälle los. Jawohl. Was the matter with you? So, ein paar Punkte holen. Zack. Und da haben wir Skork geholt. Ohne weiteres. So. Ja, dann beenden wir doch den schönen Laufen. Gucken, was noch übrig bleibt. Kiss the mud fucking rail. Okay. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Mariel Kickflip über den Tower Rails Gap und stopp das Autorennen. Wie stoppe ich das Autorennen? Wie stoppe ich dieses verfickte Autorennen? Boah, ich weiß es echt nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Holen wir erst mal das versteckte Tape. Ich weiß zum Glück noch, wie man hinkommt. Ihr müsst wissen, ich hab das Spiel eingeatmet als Kind. Was heißt als Kind? Da war ich alt. Schon so alt, dass ich gesoffen hab in ein Loch. Ah, wunderbar. So. Extra large. Wunderschönes Lied. Ah, so. Zack. Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, es ist Westwishman. Westwishman. Ja, halt, halt sehr einfach. Halt einfach die Kursch. Okay, mal schauen, wo die langfahren. Wir fahren hier lang. Ja, da oben ist noch ein Steppoint. Okay. Okay. Holen wir mal einen Raryle Kickflip. Hilf mir, ich bin hier oben. Hilf mir, ich bin hier oben. Halt die Fresse. Ah, komm, geh jetzt nuff. Nein. Da war sie, die Gap. So, die Gitter krieg ich auf, indem ich hier, glaub ich, grind. So, jetzt war ich aber zu weit weg. Okay. Läuft nicht so, wie ich's gern hätte. Jetzt ist es auf. Jetzt ist es auf und jetzt krieg ich auch den scheiß Steppoint. Hehehehehe. Zack. Okay. Äh. Buh, 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 buh. Also, hopp. Neuer Versuch. So, ich glaube, mich erinnern zu können, dass das Beenden des Car Chases damit zu tun hat mit dem Typ, der schreit. Hey, holt mich herunter. Ah, guck mal hier, guck mal hier, guck mal hier. Und, und, und. Hey. Eih. Ich hab so perdeivesse drauf. Ach Gott, bin ich gut. Ab, 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 ab. Ab, 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 all das ihre Zielerfüll. Baby Renton. Oh ja. Gott, ich wix mir heute Abend ein auf mich, weil ich so gut bin. Wie kriege ich das da hinten? Den Wunderbönen... Ich muss... Singen sie in den Bild? Check it chat? Check it chat, yeah. Check it chat. Zack. Ja! Den letzten Step-Punkt noch geholt. Oh, was und run, was und run. Was und run, was und run. Jawohl. Ah, ja. Wunderbar. Dreck dagegen, ey. Noch ein paar Punkte holen. Also so schlimm war es jetzt doch nicht. Aber ich mag das. Ich mag das Level einfach nicht. Frag mich nicht, warum. Ich mag es einfach nicht. Mir quält die Aufmachung davon nicht. Ich finde es irgendwie langweilig. Und doch scheiße. Jetzt will ich mir noch anschauen, komm. Du Dipp. Es ist schon nett, dass ich hier Skate-Bot fahre. Jawohl. Das war's mit dem Schützen. Und das war's mit Speedy Renten in Los Angeles. Der nächste Part wird leider der letzte Part sein von Tony Hawk's Pro Skater 3. Wir sehen uns in Tokio. Ciao.